Was sitzt jetzt da so? Deinen Kopf sieht man nur, wenn ich vorne sitze, ist es halt... Ich bin halt nicht so groß, was soll ich machen? Ich habe halt Schwellkopf, mehr habe ich nicht. Jetzt bin ich gespannt. Nimmst du ja direkt mit? Die erste Bundesliga-Flagship hier. Und er zieht direkt Autogramm-Bellingham. Das wäre dann der Insta-Win. So, gehen die hier auf die Dinger. Ja, klappt ja gut. Ja, da ist schon mal die erste, also es ist eigentlich schon ein Insta-Win, oder? Ja, oder? Bei Leipzig. Ortega. Hier kommt schon der erste Linström. Oh, jetzt mainst du mich wieder im Chat. Was hat der denn schon wieder? Ja, wegen Frankfurt. Na so. Ich weiß ja nicht, wo da die Hits und sowas sind. Ja, wahrscheinlich muss ja die sein. Ja. Die war jetzt an zweiter Stelle oder so. Die Paciencia ist leider nicht drin. Schreibt da unten. Ist meinst du Frankfurt-Fan oder was? Ja, das ist ja ehelhaft. Das ist ja ehelhaft, ey. Ich stecke das Tornetz wieder zurück. Captain Raditzky. Hier. Dein Hertha VE. Erkennen. Wirts. Wirts. Unson. Tschüss. Vorherste Karte, okay. Nee, Frankfurt. Ich arbeite fast in den zweiten Tag in Frankfurt. Richtig. Der hat auch unterschrieben. Echt? Ich hoffe nicht, kriege ich den nicht. Dann hast du ja Instant-Win. Skowaretska. Oh, das ist das Numberless. 299, ja. Julien Green. Julien Green. Alter, hab ich ja wirklich gepackt, ey. Da hab ich ja wirklich gepackt. Ich glaub, die ist ja vorher schon mein Top-Logal dafür. Ne, ne, auch in Frankfurt mein Stream. Unukai. Schick. Kämpf. Lins Strömen. Ist das eine Defense? Ne. Ich, äh, sleeve dann einfach das, was ich denke, ja. Was ich sleeve dann will. Ich möchte schon die Aufmerksamkeit, ey. Was ist denn oder was ist die Qualität? Äh, so wie ich sharemützig halt, ne. Leider der falsche. Dortmunder. Aber Moukoko nehm ich mit. Karpuse, ey. Wenn ich die Karpuse schon sehe. Die gehen so schlecht auf. Finde ich unfähig oder? Anscheinend. Finde ich unfähig oder? Anscheinend. Finde ich unfähig oder? Anscheinend. Anscheinend. Jetzt flüstert Mainstream auch noch, ey. Mann ey, es wird ja immer besser. Hahahaha. Hat der bald überall geschrieben. Das wird ja nicht liegen lassen. Achso, den Ort wahrscheinlich. Achso. Ja gut. Kann ich ja da mal gucken. Wenn der ja wirklich in der Nähe wohnt, dann kann ich die Piegeltje immer besuchen kommen. Kann ich das Tor jetzt vorbeibringen. Adrian. Tosa. Und der Tomatsch. Der Haaland. Als... ... ... ... ... ... Hast du bekommen euer Recht auf Insta wegen einem Ticket. Hat er geschrieben. Wie heißt er? Leon. 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 Leon, yes. Das ist was für dich. Hier, guck mal wo die Boateng. Das ist ja ein Fakeness. Ja. Ja. Ja, dann noch ein Karten. Siehste, ich guck mal einen Briefkasten. Ja, mach mal. Nicht, dass du jetzt hier noch drei Tickets kaufst. Ja, ich glaube. Hahaha. Ich pollere dann einfach mal meine Box durch. Und das ist ein Numbered. Alfonso Davies. Zu 125. Aber Davies gibt es hier jetzt mittlerweile auch. Tausend verschiedener. Ja. Boa. Moin. Justin. Ja. Das kam einfach mal weg. Das kam einfach mal raus. Und? Was muss es sein eigentlich? Aha! Aha! Da ist der Schinken! Wunderbar! Wunderbar! Alfa, Pitbull, doch kein... Kein Bann! Kein Betrüger! Kein Betrüger, kein Bann! Also bis jetzt habe ich den Schmutz. Ich habe Davis zugehundert. Niklas Stark hier! Ja, kannst du direkt den Käse behalten! Ja hier, Anton Stark, das wäre doch mal was! Neue Nationalspieler! Der Haaland! Burkhard, wichtig! Hü... Hü... Hübers! Gibt es viele härter Spieler? Ich glaube, du hast keine großen Probleme in meine Box zu schlagen. Du hast eine Davis-Nummer hier doch nicht! Ja! Toll! Ja, das ist schon mal... Das ist schon mal gut! Meinst du kriegst gar nichts raus, oder was? So ist er! Nils Petersen! Eieieieiei! Rot! Wie wir sind ja! Jetzt guck ich jetzt was... Ach, steht gleich! Der ist zu! Zu 5! Okay! Zu 5! Nils Petersen! Ja, damit hast du auch gewonnen! Ja! Aber es ist Nils Petersen, meiner! Ja, aber zu 5! Ja! Warte mal, du ziehst wahrscheinlich die Bono-Cono aus! Die Selten sind das Flagship, die sind doch alle wieder selten! 18... 50.000 Packs brauchst du dann wieder viel Fünfer! Krank! Warte, direkt eingedrückt! Direkt kaputt geknickt! Der Nils! Der Nils! Nils zu 5! Ja, da können wir mal schreiben! Ich hab noch ein paar mehr gute Freiburg-Karten! Der Riedl-Baku! Der Riedl-Riedl! Nils Legende, was los? Ja, der ist ein guter Fußballer! Auf jeden Fall... Guter Joker auf jeden Fall! Und... ...Loyal vor allem! Loyal! Domenico! Was ist das denn jetzt hier schon wieder? Auch ne Numbers! Die ist auch schon wieder zu wenig! Die ist auch schon wieder irgendwas zu 25 oder irgendwas! Warte ab! Na hör doch mal auf jetzt hier! Nils! Die Bänder! Zu 25! Unglaublich! Hilfe! Ich save irgendwie 399 oder sowas! Ja, also wie war das mit der Bestrafung? Ihr könnt doch euch schon noch irgendwie Vorschläge oder sowas reinschreiben! Jetzt noch ein Autogramm würde ich sagen, oder? Ja, das wird auch noch! Die Günder! Das wird auch noch passen! Das wird wirklich noch passen! Jetzt aber es sind nur noch zwei Packs! Ja! Wahrscheinlich killst du jetzt einfach alles mit dem Autogramm! Das wäre gut, ja! Das wäre lecker! Wasser auf über den Küpp küppen! Ach, halt! Das war ein Dreckiges jetzt hier! Zuvor! Oh, das ist ja! Dann müssen wir die nächsten Termine weg! Schauen sie über die nächsten Termine! Dan müssen wir jetzt noch imsaal! Laugue! Ja, nein! So, ich habe das nicht erreicht! Ja! Danke! Und du hast auch dran! Und du hast auch was da! Das ist schon gar nicht! Ja! Also, wir gehen in den Tätel! Ja! Ja! Vielen Dank. 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 Okay. Wookie-Logo drauf. Die Autoquote ist genauso, ja. In jeder fünften. Ich habe so ein paar Kruse und hier noch ein... Ich habe so ein paar Mal da, ich habe so ein paar... und ich bin... Vielen Dank. 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 Vorletztes. Vielen Dank. So, Vielen Dank.